ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe bis um 3 Uhr nachts noch gestreamt Competition Danach ging es noch weiter mit The Forest Wo wir noch reingeballert haben Hammer geiles Spiel Habt ihr auch schon auf dem Kanal hier gesehen Werden wir jetzt übrigens morgen, übermorgen, übermorgen Also am Sonntag, dem 8.6.2014 Dieses Jahr Klingt so weit, ne? Ist eigentlich übermorgen, aber gut Ich muss ja das Datum nennen, weil das Video kann man ja sonst gucken Wann man will Und egal Ja, also Am Sonntag, 8.6. ist wieder Legendary Competition Mit dem Team eurer Wahl Ihr dürft euch wieder Teams aussuchen Ihr dürft euch wieder Teams zusammenbasteln Ihr dürft Teams wählen, die ihr wollt Ich habe wieder ein entsprechendes Thema dazu vorbereitet Bei uns im Forum Link dazu findet ihr hier unter In der Beschreibung, ne? Wie immer halt Und ansonsten Wir fangen an 20 bis 24 Uhr geht das Ganze Also wir fangen an um 20 Uhr Enden um 24 Uhr Macht Sinn Sollte soweit klar sein Und Es wird wieder sehr, sehr geil Wir haben einen neuen Teamspeak-Server Ich habe einen neuen organisiert 512 Slots Läuft Und Ich brauche nicht mehr durch alle 15 Team-Channels Join Um den ganzen Was alles zu erklären Habe ich jetzt alles im Thema Unten in der Beschreibung Und ich habe jetzt auch Über ein kleines Tool Die Möglichkeit Alle Channels Und alle Leute auf einmal anzuflüstern Beziehungsweise anzuschreiben Das erleichtert das Ganze nochmal ein bisschen Und Ich brauche mich nicht mehr 15 Mal dasselbe Vorquatschen Was echt anstrengend war Das glaubt man ja nicht Ist wie ein Zungenbrecher irgendwann Man verknotet sich die Zunge Ja und am Sonntag Werden wir auch noch Vorher The Forest anschmeißen The Forest Hammergeiles Spiel Hat mich gefesselt Hat mich gepackt Es hat mich Hat sich Hat mich mit sich gerissen Schwerer Satz Und Also ich freue mich drauf Schaltet mit ein Seid dabei Twitch.tv Slash Kraxel2463 Müsste es sein Link findet ihr natürlich wo Ah Richtig Unten in der Beschreibung Ähm Und wie gesagt Wir fangen so an 15, 16 Uhr Versuche ich so die Drehe Rein zu kriegen Ähm Mit The Forest Und gegen 19 Uhr Machen wir dann schon die Vorbereitung Beziehungsweise mein nettes Community Management Team Macht das dann Ähm Bereitet die Teams vor Weist euch alle ein Die die ihr mitmacht Und ähm Ja Ich glaube das wird eh wieder Ewig lang Also wir machen Sonntag Nicht 0 Uhr Schicht im Schacht Nein das wird noch weiter gehen Nicht mehr Die Ablo vielleicht nicht Aber auch wieder So faul ist Was sonst Und Ich freue mich drauf Das Hammergeiles Spiel Ich glaube man merkt es ein bisschen Ist ein tolles Spiel Jetzt gab es irgendwie auch den Fix Ähm Das man speichern kann Aber gut Das geht schon wieder ins andere Thema Wollte ich gar nicht bequatschen Äh Ich wollte euch nur Ankündigung Am Sonntag Könnt ihr mitmachen Legendary Competition Wer weiß wer gewinnt Ich habe mir wieder ein Team organisiert Was wirklich sehr tolles Ich hoffe es kommt diesmal pünktlich Wäre immer super Wenn ihr das Wenn ihr gerade zuguckt Du Hoffe du kommst pünktlich Alter Teamspeakadresse Junge Findest du unten in der Beschreibung Alter Ist klar Gut Und äh Ja dann sehen wir uns am Sonntag Ciao Leute 8.6.20 Uhr geht es los Mit der Competition Eine Fliege Ich werde bekloppt Alter Amokfliege Hier bitte Theatralische Horror mäßliche Musik einführen 15.16 Uhr Fangen wir an mit Safari Ciao Leute